Die Reise dieser bezaubernden jungen Dame nach England versetzt alle Mitglieder der Londoner Unterwelt in höchste Aktivität. Gewalttaten sind an der Tagesordnung. Es geht um das märchenhafte Vermögen des zwielichtigen Mr. Reel. Hol es dir. Einverstanden. Wenn du glaubst, die Gruft öffnen zu können, dann hol es dir. Die Gruft mit dem Rätselschloss. Nach einem Originalroman von Edgar Wallace. Haben Sie keine Angst, miskind? Ich werde diesen unlauteren Burschen das Gesetz ins Gehirn hämmern, dass sie es nie mehr vergessen werden. Ich werde sofort einen Haftbefehl ausstellen. Das werden Sie nicht tun, Sir. Wie bitte? Es ist besser, wenn du sprichst, mein Kind. Oder hat dir niemand gesagt, dass mir ein Leben nichts bedeutet? Jeder kämpft gegen jeden. Mit der Waffe, die er am besten beherrscht. Im Namen des Gesetzes. Der Menschlichkeit. Und des Rechten. Connor, ich warne Sie zum letzten Mal. Ich verstehe die Zusammenhänge überhaupt nicht. Was haben Sie mit diesen Verbrechern zu tun und was mit der Polizei? Die Gruft mit dem Rätselschloss birgt ein tödliches Geheimnis. Punkt eins meines Planes ist, das Mädchen, das hier festgehalten wird, muss freigelassen werden. Ist das wahr? Wer betrügt wen? Sie wollen mein Geld. Doch dieses Mädchen. Gewonnen, Reed. Ist der schon so verkalkt? Manchmal habe ich das Gefühl, dass du die Zusammenhänge um diese Gruft mit dem Rätselschloss ganz genau kennst. Du schweigert mir! Riech! Das hat ja großartig, Stimme. Verzweifelt kämpft ein junges Mädchen gegen skrupellose Banditen. Wartet er auf ein neues Opfer? Unaufhörlich drehen sich die Mühlsteine des Todes. Ein sehr gemütliches Haus. Sehr gemütlich. Wer von den Reflektanten auf jetzt Millionen wird der Nächste sein? Verblüffende Antworten auf unheimliche Fragen. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Alles dreht sich um die Frage, wer löst das Geheimnis um die Gruft mit dem Rätselschloss. Ich gebe das Zeichen für die Sprengung. Nach drei Minuten Zündung, klar? Ein Wallace-Krimi voll explosiver Hochspannung. Erwartet Sie hier. Das hat es geht nach, wer will es sagen. Und jetzt. Und Practition. Random equipment laid nah fast Bekä! Es spiegs mir an unbelieologicalen gehen. Und hier. Schön hat bei demérieur olive� dicke. In einem auf da. Es ist nicht so weit wie granita.